Junko Das ist Lee Mist, hier ist MacDonald Ich glaube noch nie gesehen Aber kommt mir das nicht bekannt vor Oh gut, ähm Ich brauche glaube noch ein bisschen Holz Ich hab's Ein weiteres Fach Kostet 600, komm Jetzt können wir mal richtig Sachen Davon schleppen Was kostet das letzte? 900 Ok Jetzt werden wir uns auch noch holen Entschuldigung Was Wassertank soll ich hier bauen Schaffen wir das noch? Es ist schon 1 Uhr nachts Hopp, hopp 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 1 Uhr 20 Hopp Schnell nach Hause 1 Uhr 30 Ab 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 in die Haier Ding 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 Ach, schlafen wir eine runter Aus 2 Wassertanks bauen Wassertank 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 Plupp 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 Wassertank Hier 32 32 Holzbretter Frau Ich brauche Und Stein Holzbretter Und Boards Ähm Craften Alle 8 Stück Korrekt Ich brauche nur 4 Ich brauche nur 4 Die könnte ich sogar noch haben 4 4 4 4 Holzbretter Holzbretter Ziegelsteine O Sche... себе... ... ... ... ... ... ... ... ... Siegelsteine Ach, ob das ist alles eben, ich habe keine Steine mehr Aber gerade nicht viel Holz, egal Alles Zwiebelsteine, so Können wir schonmal einen Wassertank bauen? Stonepricks So Und Woodboards Haben wir einen gebaut? Nein, das nicht Ich muss noch einen zweiten bauen Stonepricks Und Boards Haben wir leider nicht hier Boards Boards Bretter 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 Keine Bretter dabei Ah, das gibt's ja nicht Wir hatten auch einen Crack Woodenboards Heilige So So Dann mal schnell zum Auftraggeber Was ist hier los? Warum werden gerade so viele Missionen angezeigt auf der Minimap? Nein Begrüßt 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 Kleine Uhren Machen wir erstmal hier So So Was ist hier? Was ist hier? So 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 hier? Warum ist hier eine Markierung für mich? Ist das Twin? Was gibt es hier zu erledigen? Hi! Hi Chango! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mit dir reden. Hi! Changos Schwert. Ja, mach ich. Ähm, du willst ein neues Schwert. Changes Schwert. Changes Schwert. Missionen habe ich? Warum? Changos Schwert. Bronze Schwert. Kann ich das Warpfen herstellen? Okay, was ist hier auf dem Feld los? Hi. Hi Emily. Hi Nachbar. Hast du eine Minute? Ja komm. Schau, was ist los? Box? Can you build it? Kommt mehr aus. Lana Box. Todfuscher. Keine Eile. Ach Gott. Ein seriöser Mann. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Mit. Da. Hat ich nicht gerade ein Rezept bekommen? Hier. Flup. 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 Hier sind. Ach warte hier kann ich mal nach. Honse Schwert gucken. Honse Waren. Maxis Schwert. Holz. Hartholz. So. Okay. Okay. Also. Ihr könnt euch merken. Ich werde gleich mal ein Schwert bauen. Noch ein besseres. So. Kann ich mir die Upgrade-Kits leisten? Ja Und schnell In die Stadt Zwei Upgrade-Kits kaufen Hopp 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 Ich habe jetzt schon ein paar mal ein paar Samen bekommen Vielleicht sollte ich auch mal anfangen Sowas anzupflanzen Hopp Ach scheiße ich will doch hier Was kaufen Zwei Stück Blup 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 Oh another little customer just appeared I am called the mystery salesman Always a pleasure Syriöse Händler Zeig mal was du hast Was ist das? Okay der handelt ja mit krassen Sachen In Paul So eine Mütze wäre schon mal nicht verkehrt Komm Die kaufen wir uns So ich will hoffen ich kann die auch aufsetzen Jawoll Jawoll Geil So dann Grafen wir mal Zwei Schwerter Bronzbachen Es geht wieder die Suche los Wo Habe ich Bronzbachen Hier Drei Stück Topfit Bitte sagt nicht mehr in Bronzes aller Oh Bitte nicht Kopfer Kopfer Warst du Kopfer? Nein Scheiße Kopfer 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 Nein Bitte nicht Scheiße Ah Ich habe keinen Kopfer mehr Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich das für mich? Und die Kein Überblick, kein Überblick Oh Oh. Komm, sind wir wahren. Scheiße. Ich habe jetzt gerade keine Lust in den Minenitz zu rammeln Gott war Fünfzehn Uhr. Tut sich rein gar nichts. Oh, ein Blutstein. Und ein Topaz. So, wie viel Kupfer haben wir hier? Jetzt finde ich gleich mal 31. Damit kommen wir schon ein Stückchen hin. Denke ich mal. Oh, hier sind ja auch noch zwei Steine. So. Äh. Konzept. Ach ja. Achten wir. Hören. Mal kurz hier schauen. Fünf. Würde sogar passen. Und was wollte die nette Dame von der Farm? Irgendeine Pflanzbox. Ach, das könnte vielleicht unter Möbelstecken sein. Säule. Roten Ports und so ein Zeugs, das haben wir ja. Scheiße. Säule, Säule, Säule. Säule, 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 Säule. Komm, machen wir gleich was. Fünf. Wie ist denn? Haben wir überhaupt keinen Platz? Ähm. So, sechs. Wow, ist das groß. Oh, 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 oh. Ist hier ein Nebenhausplatz? Ja. Was? Wir schauen. Zwei Tage. Check Status Okay, keine Ahnung Emily, wo bist du denn da hinten? Emily, hallo Moment, ich muss mal ganz kurz schauen Mission Farmer Achso, ich soll Emily nachher nur die Ernte zeigen Na gut, ich dachte, die wollte die Kisten für sich alleine haben Hab ich mal wieder nicht aufgepasst So Gut, dann kann ich hier sogar noch ein paar Kisten hinsetzen Das sind ja alles meine Kisten So Oh, ich hab ja sogar noch mehr Samen Ich nehme eins davon noch mit Eins davon So Mal den einen rein Ah Cotton Zack Also für das Erste ist es falsche Jahreszeit Um Bambuspapaya anzupflanzen Egal Mich stört ja das nicht Vielleicht wächst es ja trotzdem Also langsam habe ich hier kein bisschen Übersicht mehr Fertilizer Fertilizer Aus So So Kann ich hier noch mehr drauf hauen? Nein Ähm Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Scheiße Scheiße Ach genau, ich hatte noch einen Auftrag gehabt Schatz Ach되는 Was jetzt? Es war Ich wurde Besuche Es war Ich hab Ich war Er